servus willkommen zurück zu deadly shadows so wir waren hier stehen geblieben bei den haien mal wieder und wir müssen zur wie heißt sie zur pfahlwurzel die hier irgendwo sein sollte sind natürlich wieder leise bis zum geht nicht mehr und hier oben ist eindeutig nichts den typen haben wir schon im letzten part ausgeschalten und ich denke auch nicht dass uns hier und noch irgendwie weitere kerlis typis erwarten werden da können wir schon mal nichts abstauben und hier echt nichts wertvolles in den ganzen und zettel habe ich vorlesen hasse an alle schamanen wer schagnalls tatze besitzen will muss zunächst das ritual der wurzel über sich ergehen lassen niemand kann die tatze tragen ohne dieses ritual ein ritual das nur uns schamanen bekannt ist die tatze wird jeden vernichten der es wagt sie ohne das ritual an sich zu reißen dies musste der tödrichter mobsblatt am eigenen leib erfahren und den text haben wir schon mal gelesen und zwar glaube ich ein buchformat hallo mein lieber wo das ist ein wasser pfeil habe ich gleich gesehen und moos pfeil da ist doch was ach und um das zu kriegen müssen wir erstmal die ganze das ritual vollführen ich hänge er hängt die frage ist können wir das ausschalten ohne dass uns das hört oder sieht oder sonst irgendwas hoffen wir mal dass es dumm ist können wir das so gar nicht ausschalten wir machen mal die kamikaze version ton einfach unseren pfeil drauf was nicht funktioniert und da haben wir doch verkackt und das ist verdammt scheiße schnell und kriegt uns hoffentlich nicht doch doch aber wie sollen wir das ausschalten oder können wir das sogar ausschalten mit der keule ging es schon mal nicht das heißt wir nehmen hier einfach mal den pfeil und hier schon mal so eine fackel ausgemacht aber ich glaube es wird uns folgen oh ja das glaube ich aber wir brauchen blut wo sollen wir zum teufel blut her kriegen ist das wie ich noch da sonst das hier her gefolgt schleichen uns mal ganz langsam hier an haben wir bis jetzt nur drei minuten verschissen wissen aber wo wir hin müssen die machen wir vorsichtshalber auch mal aus dann sind wir hier schon mal schön in der dunkelheit da hinten geistert rum das ist jetzt die frage woher kriegen wir das zeug aber warum ist hier so ein so ein portal dingens wir sind doch hier unten oder ich habe gerade echt keinen schimmer aber hier bei den hinweisen steht um das ritual der wurzeln zu beenden müssen sie moos das wasser und blut auf den markierungen am opferaltar der pfahlwurzelhöhle opfern aber woher kriegen wir gottverdammt noch mal das blut her das eine ist klar wasser und moos und wasserpfeil und moospfeil aber woher kriegen wir das gottverdammte blut her heißt es dass wir uns von dem piech schlagen lassen müssen ich bin etwas überfordert aber das heißt dass wir moos brauchen also haben wir hier mal moose erstes getan hier brauchen wir wasser aber wie kriegen wir das blut ich habe eine ganz blöde idee komm hau mich hau mich hau mich geht halt einfach vorbei ne hau mich das funktioniert nein hat nicht funktioniert das hat nicht funktioniert ich habe keinen plan wie wir das blut hier drauf kriegen sollen ich habe keinen bock zu sterben ich habe keinen bock zu sterben das müssen wir wahrscheinlich nicht den mienen ausschalten verpiss dich gehen die bomben aus gehen die fucking heiltränke aus nicht ah aber die rauchbomben das heißt aber ich versuch's mal ich setze hier eine bombe hin und warte bis das ding kommt und dann lock ich's rein und dabei werde ich wahrscheinlich sterben aber wo ist es ah es hat mich gesehen ist eigentlich zu blöd dass es klappen müsste jetzt müsste es nur mal rankommen boah oh oh brenn halt nicht drauf ist es tot hat es funktioniert hat nicht funktioniert wie zum teufel kriege ich das fucking blut hier drauf aber das Viech ist tot und meine heiltränke sind fast weg wie kriege ich das blut hier rauf aber wir haben schon mal eine wichtige da ist blut entweder ich hab's jetzt verkackt oder ich hab keinen Schimmer wie ich da blut drauf bekommen soll ich weiß es nicht ach nicht mit dem Moospfeil da ist blut nimm es wie kriege ich blut da drauf oder hätten wir das drauf locken müssen und anschießen ich weiß es nicht wenn ja dann haben wir zwar kackt aber das kann's ja auch nicht sein wir haben doch noch den Typen das kann ja nicht sein weil sonst hätten wir das ja theoretisch auch mit unserem eigenen Blut machen können ich würde mal sagen wir legen jetzt einfach mal geschmeidig den Typen drauf und hoffe dann dass es funktioniert ansonsten keine Ahnung guck ich mal nach weil sonst fällt mir nichts ein das Viech ist tot das Moos haben wir das Wasser haben wir aber das Blut haben wir noch nicht Blut bluut okay wir haben es geschafft wir haben Jack Nows Tatsse Nun, ich glaube, er hat es noch nicht mehr benutzt. Allein schon, weil ich es gerade total verkackt habe. Die andere Frage ist immer noch, was war das für eine Karte, die wir gefunden haben? Das sind schon wieder viel zu viele unbeantwortete Fragen für mich. Da war nichts. Und oben sollten... Boah, ich habe mich gerade vom Geräusch geschreckt. Aber hier oben sollten nur noch zwei leben. Wir werden einfach mal rumstreifen. Vielleicht finden wir doch noch irgendwo was, wo wir was übersehen hätten können. Hier haben wir die Kiste. Die hatte nichts dabei. Vielleicht da oben. Aber können wir da rauf? Hier schon mal gar nicht. Vielleicht so. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Ah, interessant. Da haben wir schon mal eine Beute. 73. Schon viel besser. Aber man erkennt es halt auch gar nicht, ob da jetzt irgendwas liegt oder nicht oder schon. Hier ist noch ein Buch. Ich will nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Haha. Mami weiß nicht, wer die tanzenden Männer sind. Aber sie kommen an mein Fenster und flüstern mir etwas zu. Wenn ich im Mond schein, mein Hark, kenne. Sie wissen Dinge aus der Vergangenheit. Mami weiß gar nichts. Die tanzenden Männer wollen, dass ich sie begleite. Aber ich glaube, Mami hätte etwas dagegen. Ich verstecke meinen goldenen Kamm in den Dachspanen meines Schlafzimmers. Sicher ist sicher. Sie wollen, dass ich zu ihnen komme. Sie schenken mir Pflaumen und locken mich. Warme Nächte kommen und ein langer, langer Sommer. Sehr interessant. Eigentlich gar nicht, aber ist okay. Okay, da unten waren wir noch nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich da gar nicht runter. Fuyu. Fuyu, Fuyu. Oh, da haben wir sogar noch was gefunden. Okay, hoffen wir einfach mal, dass das Viech an uns vorbei rennt. Okay, das kommt erst gar nicht so weit. Und da liegt auch noch was. Ein Wasserpfeil. Okay, nee. Da hinten liegt aber noch was. Da will ich hin. Seh mich nicht, seh mich nicht. Und schnell wieder hoch. Toll, fünf. Zwei Wasserpfeile. Eine Rauchbombe verloren. Ich muss natürlich runterfallen, ich geb. Gut, dass das Ding nicht... Nein, ich geh da nicht zum Abgrund hin. Aber ich hätte anscheinend auch da hin können. Es gibt halt immer einen einfachen und einen bescheuerten Weg. Und ich nehme meistens den bescheuerten. Heiltrank. Oh, wie... Irgendwie glaube ich, das wird so wie bei Bioshock ablaufen. Echt. Heiltränke und Mast schlucken, aber... Hilft dann halt nix. Aber das kann nicht alles gewesen sein. Da muss noch mehr sein. Aber hier haben wir zu ziemlich viel durch. Es sei denn hier so noch irgendwelche Sachen... ...die wir vergessen haben, aber... Echt da? Boah. Hahaha. Sch-sch-sch-sch... Z-sch-sch-sch-sch... Z-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Etwas über da. Wir haben das gemacht. Ich hab ihn gefunden. Um uns zu verhindern. Um uns zu helfen. Um mich zu helfen. Lass mich in Ruhe. Doch ich laufe... Ich laufe und ich laufe. Und ich laufe... und ich springe... Okay, dann bin ich halt wieder hier. Ist mir auch recht, dann gucken wir da halt nicht nochmal nach. Da war ein Buch? Aber so viel können wir doch gar nicht vergessen haben. Unglaublich, echt. Weil ich mich da unten schon gerne nochmal umgeguckt hätte. Oh, wie ich mich da immer durchglitschen kann. Total Pro-like. Nee, komm. Das lassen wir einfach mal. Wir verlieren eh nur noch Leben und so weiter und so fort. Ich glaub, das lassen wir. Wir gehen jetzt einfach wieder raus und zurück und beenden hier gleich mal den Part. Möchten Sie die Mission wirklich beenden? Ja, und die Aufnahmen. Wir sehen uns dann beim Ende der Mission. Ciao, ciao.